Der Dinggoes Grrrrrr Paff 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 Moin Meister was ging so in der Politik ab? Nicht viel ADR redet wieder nur populistisches gelabert Also ihr nach frei für etwas ähnlich zu so einer Weltregierung oder also ihr nimmer nach frei für das zu so einer Weltregierung will hören So bei Hohlkoden So bei Hohlkoden können Kultisten ganz leicht und ganz sehr an einem vorauseilenden Gehorsam wie die Deutschsoyen drücken Der CSV schiebt wieder alles, was sie nicht gemacht haben, auf die aktuelle Regierung auf. Nun Xavira Bettel hält wieder eine viel zu emotionale Rede. Und ihr könnt auch noch mehr auf guter Arbeitsplätze zielen. Wir investieren in die Zukunft von einem Land, an dem man sich noch besser leben lässt, wie das halt schon der Fall ist. Wir können noch mehr an Sicherheit leben, an dem wir halt nicht für die Kriegsdreiferei abknicken. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018